Das Projekt 4 befindet sich beim Leiderpersch. Die Gruppe, die nur aus Jungs besteht, bauen einen Zaun, um das Biotop zu schützen. Es erfordert viel körperliche Arbeit. Momentan läuft es gewaltig. Die Jungs hatten gerade Suppe. Und dann laufen sie wie Motoren, die frisch geölt und geschmiert sind. Das ändert sich aber oft schlagartig. Wenn dann etwas die Power ausgeht, ein bisschen zu viel Schlamm da ist, ist nicht eine einfache Arbeit. Für die meisten vermutlich etwas völlig Neues. Die sind diese Arbeit auch nicht gewöhnt. Aber ich denke, die machen das ganz gut. Und wir schaffen das auch. Wir haben uns eine Fischzucht angeschaut. Wir haben da ein bisschen was erklärt bekommen und werden essen. Das fand ich gut. Habt ihr Fisch gegessen? Nein, Schnitzel. Zwischendurch gönnen sie sich eine kleine Stärkung, um Kraft zu tanken. Für das Biotop müssen wir eigentlich noch eine Beschilderung machen. Und da haben wir noch zu wenig Angaben, was da wirklich drauf muss. Und da erwarten wir jetzt noch einen Biologen, der uns da auch noch weitere Inputs gibt, was ein Biotop wirklich ist. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017